Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Video an diesem Abend von mir. Eigentlich wollte ich gerade schon ins Bett gehen, aber ich habe gerade eine E-Mail bekommen und wollte darauf unbedingt noch ein Video machen. Also muss das jetzt leider sein, ob ihr es wollt oder nicht. Ich habe soeben die 400 Abonnenten erreicht. Ich bin wirklich glücklich, bin richtig froh, also danke an alle, die mich abonniert haben und die mich unterstützt haben, indem sie mich weiterempfohlen oder die Videos gut kommentiert, bewertet und Kritik abgegeben haben. Also wirklich klasse, was ihr geleistet habt in den letzten Monaten. Und ja, sorry, dass ich halt in der letzten Zeit keine Videos mache oder sehr wenige. Das liegt eben an meiner laufenden Ausbildung, da habe ich ziemlich viel Stress. Das habe ich schon mal angekündigt, dass es wahrscheinlich so sein wird und das hat sich jetzt auch so dargestellt. Also ab und zu werde ich auf jeden Fall noch Videos machen. Ich habe jetzt auch einen neuen Kanal erstellt für meinen iPod Touch, da werde ich auch ab und zu mal Videos machen. Das werdet ihr auch sehen können, wenn ihr den auch abonniert. Und ja, das nur nebenbei. Also 400 Abonnenten, wirklich klasse. Jeden einzelnen kann ich natürlich jetzt nicht nennen, würde ich natürlich gerne machen, aber das geht leider nicht. Ja, was können wir machen? Ich habe mir überlegt, eine Aktion wieder mal, entweder ein Gewinnspiel, eine Verlosung oder irgendwas anderes, was ich allerdings nicht weiß, was es ist. Und das könnt ihr entscheiden, zumindest eure Ideen erstmal in den Kommentaren sammeln. Schreibt also einfach eure Ideen in die Kommentare, was ihr gerne als Aktion, als Gewinn oder als Dankeschön für die 400 Abonnenten haben möchtet. Und da könnt ihr dann selbst entscheiden oder ich werde das dann selber machen. Das werden wir sehen, was dann tatsächlich ausgelost und verwendet wird, welche Idee. Also bitte schreibt eure Ideen in die Kommentare. Und ja, gut, das war's von diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer. Und hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao!